Das sind wahrlich dunkle Tage. Ja, ich habe hier Partisanen. Scheiße, sowas, ne? Ach, scheiße, ich habe hier gar nicht 10. Oh. Oh! Oh! So, jetzt habe ich zwar keine Messer mehr, aber es war immerhin schon witzig. Was? Ich kletter doch nur. Ich würde gerne mal wissen, was die da reden. Tja, ja. Es gibt ja leider auch keine Untertitel in dem Spiel, so die das Arabische übersetzen oder das Französische. Wenn es das gibt in dem Spiel, oder irre ich mich da jetzt gerade? Scheiße, das finde ich immer wieder witzig. Oh, ja. Ach, ja. Oh, noch eine Informantensammlungsmission. Und Bürger retten direkt hinter uns. Sehr nice. Ich könnte die eh alle ausschalten, aber... Gut, dann halt doch. Dann halt doch. Zu einfach. Zack, den haben wir gleich erwischt. Den hatten wir ja schon einmal einen verpasst. Der ist auch erledigt. Der auch. Oh, der One-Hit-Kids hier gerade. Bam! Zack! Tja. Zack, zack, zack. So, da war es nur noch einer, was? So. Och, Mann. Ja, hier, los, kommt, kommt. Ach, ja. Oh, geil, ich habe beide Balken voll. Wann habe ich das denn geschafft? Ah, verdammt. Zack in your face. Ach ja, Verteidigungsbrecher ist schon was Feines. Oh, verdammt. Das war schmerzhaft. Ach, du Scheiße. Ach, Mann, jetzt kann man schönen Konter nicht mit ansehen. Alter, das darf nicht wahr sein, ne? Zack. Erstmal den Schädelspalten. Schönen Scheidel ziehen. Ach, mal wieder der kleine Bimbo. Zack. Na los, komm, bleibt liegen. So. Ja, das habe ich. Ja, das sollte sie. Ach so, habe ich noch markiert. Sehr gut. Tja, ich bin halt immer vorbereitet. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Schön. Ganz dezent wie immer. Zack, Arm gebrochen Und drücken Sieht zumindest so aus Na los, kommt Na gut Latsch, voll in die Klinge laufen lassen War ja klar Oh, ein Templar, cool Nein, verdammt Oh, verdammt Naja, egal Ah ja, das ist schon fies Zack, voll in die Fresse Ich habe dir gerade einen Hieb verpasst Informantenherausfragen Ja, wenn ich schon mal hier bin, warum nicht Ist wahrscheinlich oben auf den Dächern wieder Aber wer weiß Muss ich mal gucken Was will der denn? Ja Oh, das ist schön Ah, Händler Sie bekommen Gold Sie bekommen Gold, wenn sie ihn Namen nennen Ihr tätet der Stadt einen großen Gefallen, wenn ihr diese Händler finden und ihre Stände zerstören würdet Das sollte ihnen Einhalt gebieten Na dann Wo sind denn die Händler? Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen Wo bist du? Tja Scheiße, voll daneben So, Stand 1 ist kaputt Na los, kommt her Oh, voll daneben Das war tödlich Komm Ach, komm So Ihr dürft nicht einfach morgens. Ihr ist herrisch. Komm, ihr seid zurück. Oh, naja. Gut, solange es funktioniert. Ey. Gut, okay. War zwar nicht ganz so geplant, aber solange es funktioniert. Warum nicht? Und los, Alter, hier. Schneller. Na, zwei Minuten. Gut. Kann man mit leben. Ihr habt heute eine gute Tat getan. Na? Im Austausch dafür teile ich mein Wissen mit euch. Euer Ziel ist vermutlich ähnlich gekleidet wie seine Anhänger, aber ich weiß, woran ihr ihn erkennt. Okay. Er trägt gern goldene Roben und hat immer einen großen Beutel bei sich. Findet ihn, Bruder. Lasst ihn bezahlen. Alles klar. Gut zu wissen. Was ist denn das nächstbeste? Das wäre das da, aber das mal zum Schluss, weil ich das ziemlich nervig finde vor allem. Die Flagge scheiße ich jetzt mal. Ich finde eh nicht alle. Gut, mit der Einstellung sowieso nicht, aber trotzdem. Ach, Mann. Ach, Mann. Oh, da ist der Dicke. Zack. Nein. Flatsch. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was ich für einen Fehler die ganze Zeit gemacht habe. Flatsch, flatsch. Flatsch. Jetzt weiß ich, was ich für einen Fehler die Ersten sein wollen. Nein. Ah, verdammt. Zack, zack. Ach ja. Oh, hat das denn schon umgebracht? Nee. So, jetzt aber. Ja, wie soll ich denn so kämpfen, bitte? Das ist doch witzlos. Oh. Erstmal schöner einen überziehen Und noch einen zweiten direkt Alter, was ist denn das für eine scheiß Kameraeinstellung So, nächstes Ziel würde ich sagen ist der Aussichtsturm Hallo Freund Schieb ab Scheißbacken Ich bin ja auch schon weg Oder ist hinter mir auch noch einer? Ne, offenbar nicht Dann kann ich ja schön bei der hochklettern Das Klettern finde ich auf die Aussichtspunkte Ich finde die werden, die sind alle irgendwie ein bisschen gleich Das finde ich ein bisschen eintönig Das wird dann mit der Zeit langweilig Gut, ich hatte da jetzt den einen oder anderen Wo es ein bisschen schwerer war hochzukommen Und anders vor allem Ich bin ja schon Ich bin ja schon Ich bin ja schon Ich bin ja schon Vielen Dank.